Max. Und Max steht wieder mal im Stau. Aber er ist schlau, denn Max hört jeden Morgen den Verkehrsservice von Antenne Salzburg. Und am 14. Februar lohnt sich das gleich doppelt. Zusätzlich zu den aktuellsten Verkehrsinfos und Blitzern erfahrt ihr, wo wir für euch unsere Valentinstagsüberraschung parat haben. Also, am 14. Februar von 5 bis 9 einschalten und am Weg zur Arbeit erfahren, wo wir unseren Valentinsgruß an euch beteiligen. Eine Kooperation von Antenne Salzburg, der Messegarten Salzburg, den Salzburger Gärtnern und Floristen und der Heldin von heute.